Und Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zu einem Wartepartel, let's play face Samurai Remnant, ich bin Simon Simafix. Hier wird die gute Dirty, die können wir aktuell nicht besuchen, denn wir haben hier, wer das zu tun, Yosutenu ist hier aufgetaucht und das grässliche Monster hier, ein Skeletal Horror, das wird nicht alles gewesen sein, ähm, ist hier aufgetaucht als hier, äh, und der Rider, das ist nämlich die wahre Entität von ihm, oder von ihr, muss man ja sagen. Und, äh, sie hat beim letzten Mal hier Yui verraten, äh, plant hier die komplette Zerstörung von Edo und allem anderen, weshalb wir sie selbstverständlich stoppen müssen. Und das werden wir hier auch tun, doch das Problem ist, Yosutenu ist ein riesiger Ochsendemon, der hier Kilometer groß ist. Wir können diesen nur stoppen, indem wir jetzt erstmal die Verbindung zu den Layline stoppen, weshalb wir uns hier mit, äh, Musashi und auch, äh, gleichzeitig hier noch interessanterweise Chiemon zusammengetan haben. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du äh, damit wir diesen, ähm, abschneiden können von den Ley Lines. Ich denke, das war's hier nun mal vom Musashis Abschnitt. So, dankeschön. Nehmen wir nur zu gerne an. Ach, keine Sorge. So, die Verbindung bricht ab. Being Seven from Ley Lines has weakened the divine being. Das ist gut. Dort, äh, wie gesagt, Yui macht eh ihren Job alleine. Das wäre jetzt eigentlich cool, wenn wir noch Yui spielen würden. Äh, achso, okay, gut. Ich, schade. Eigentlich wollte ich mir den zum Schluss aufheben, aber das wäre natürlich auch cool, weil wir können jetzt, wie sag ich, Yandark, Alter, spielen. Leider keine Zerze. Kommt noch. Ich sag's immer wieder, wie, ähm, wie sehr mir Yandark, Alter, hier deutlich sympathischer ist, als in, äh, Fagrant Order. In Fagrant Order ist sie halt die, mehr, dass sie mehr oder weniger immer so arrogante Zündere oder so. Und hier ist sie halt, oder sie ist halt irgendwie böse und laut und hier ist sie einfach so richtig so gefühlt tot. Ich finde, es passt so gut zu ihr. Äh, wisst ihr, was wir eigentlich machen können? Noble Fantasims! Boah, ihre, ihre Attacken sind definitiv so gegen, gegen Standardgegner, gegen große Gruppen sind die ja so gut, man, diese Flammen. Schau ich das mal an, man. Was du für ein Erilschaden nimmst, das ist ja echt. Krass, man. Pray für Mäsi. Ah, verdammt, das war schlecht. Egal. Band miss. Leute, wir sind so am MP-Spammen. So, Elmero, wo er ist, ihr könnt mich alle treffen. Geil, das hat ihn nicht getroffen. Boah. Ja, nerv mich nicht. Mich ärgert es gerade, dass ich, äh, wenn man nicht durchlese, was die Fähigkeit machen, das wäre sehr schlau hier in dem Fall gewesen. So, jetzt macht er den Spin. Aufhören zu spinnen. Das trifft aber. Ah, das ist eine schöne Attacke wiederum. Weil, wie gesagt, wir haben ja gerade wunderschön ihr MP verschwendet, man. Weil, äh, es wie eben bei Rogue Saber und halt bei Musashi macht ihre Attacke, äh, sorgt ihre Attacke dafür, dass das MP sich auflädt, was natürlich ganz geil ist. Aber uns in dem Fall nichts gebracht hat. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, so schön es hier gerade ist, dass wir hier Schaden spielen. Es wird natürlich auch bald enden, weil auf ewig werden wir auf jeden Fall nicht zusammenarbeiten. Warum? Also, wie gesagt, wir haben, dass wir hier in den Fall sind. Das ist ein süßes Spinneleinchen. Wir haben irgendwie ein ganz klein bisschen wenig Leben. Aber man darf auch nicht vergessen, dass wir gerade gegen Ryder gekämpft haben. Das war eine sehr ekelige Fall. Weg. Nein, nein, nein. Kommt nicht weiter Saber angreifen. Mach's gut so. Oh, der hat voll die Kurve gemacht. Wie hoch ist die Chance, dass wir das schaffen, ohne uns zu regenerieren? Schwindend gering, oder? Mir gefällt Sabers Attacke so viel besser, äh, von unserem Rogue Saber. Gefällt mir so viel besser, die Attacke, als hier von, äh, unserer Dame. Ganz einfach, weil, äh, wir können währenddessen ja noch weiter, äh, kann Saber weiter angreifen. Und ich kann auch gleichzeitig noch angreifen. Das ist so mega wertvoll. Kannst du den Break? Dankeschön. Und? Weg der Spinne! Dürfen wir's jetzt heilen? Ja? Nein? Oh, das sind die Bizeps Spinnen. Das sind die Bizeps Spinnen, die kenn ich schon. Aus Grand Order, Mann. Das sind die, die immer so aussehen, als hätten sie ja mega trainiert. So, ich würde jetzt... Wenn's dich nicht stört... Oh, ich würde nur gerne keine Kinder töten. Ist das so schlimm? Nimm's mir das echt übel. Das ist nett. Gerade eben war von dem einen Typ, dass er so einen Rush nach vorne macht. War von dem der Special Move, bei dem ist das die Standard-Attacke. Und... BAM, Marschbombe! Oh, da trifft er mich voll. Oh, schöne Riposte! Ohne, dass ich irgendwas gesehen habe. Nicht schlecht. Äh, geht's. Der Hinternhauer. Der Hinternhauer. So aber nicht. Jetzt macht er wieder Rush-Attack. Saber, das war nicht cool von dir. Wieso du auch immer noch nicht getroffen hast? Das war echt... Schlecht. Okay, aber das war's. Und jetzt. Zick, zick, zick. Ihr seht ja, die Attacke ist auch deutlich... ...effektiver von, äh... ...unsem Rogue Sabermann. Die trifft er auch immer. Ich sag ja, der hat eine mega Reichweite. Er warpt sich da immer wunderschön hin. Ist so eine gute Attacke. So. Wenden wir es. Zusammen, meine werten Freunde. Boom! Wenden wir es. Ushigyuzen, der ohne Holy Transgassener. Fui, Leute, wieso ist hier auf einmal eine mechanische Spinne? Muss noch nicht verstehen. Woher Leute, sie sind eigentlich relativ unspektakulärs. Ja, und die Attacken sehen auch nicht so spektakulär aus, aber sie machen so viel Schaden und die sind so schnell. Es ist echt nicht leichter auszuweichen. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht mal einen Servant-Move einsetzen. Ja, okay, das bleibt uns alles üblich. Yoshinoga! Ganz einfach. Weil wir sonst eh nicht weiterkommen. Wollte ich jetzt nicht eigentlich unbedingt machen. Aber es hilft nicht. Zack. Ja. Die Reichweite ist ja eine Katastrophe. Sieben! 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 Das war's für heute. ... ... ... Das war's für mich. Was ist das? Was ist das? Ich werde das nicht verletzen. Aber... Ich brauchte es nicht! Ich brauchte es nicht! Lushinaka! Was ein Dude, Mann! Was ein verdammter Dude, Mann! Okay, klar, sie wieder voll Leben bei Weinhardt. Aber umgekehrt, Alter, das ist außerweise echt in Ordnung, Mann! Weil dann kann ich noch ein bisschen mehr mit meinem Bro hier spielen, Mann! Also, liebe Leute, nun kennen wir... Jetzt fliegt euch was... Genau! Da fliegt das Zeugel! Moin, Moin, Moin! Die Attacke ist echt mega unspektakulär! Hey, Leute, Mann! Das war die jepischte Szene, die wir bis dato hatten! Und wie... Ich hab's ja gecallt, Mann, dass er auftaucht... Oh, Leute, sie wollten ja gerade den großen Bullen auf uns hetzen! Aber so einfach geht das nicht! Ah, cool, mein Attacker, glaub ich, hat nicht mal getroffen! Ja, hauptsache jeder Attacken treffen... Ja, hauptsache jeder Attacken treffen, egal wo ich stehe! Darf ich mal wieder aufstehen? Ich seh mich nicht! So ein cooler Move, Mann! Ah! Ich hab' mir nur ehrlich gesagt gewünscht... Ah, wuuuuh! Schon schön aufhalten! Sonst immer Blatt! Ich hätt' mir nur sehr gewünscht, dass wir jetzt so wie damals bei... Ähm, Lanter, dass wir erst kurz ihn gespielt hätten! Das wär' natürlich mega geil gewesen, aber okay, man kann nicht alles haben! Ich denke, das wird die letzte Fahrt sein! Also, sie ist definitiv knackig! Persönlich halte ich sie jetzt für den schwersten Story-Gegner, den wir bekämpft haben! Natürlich kein Vergleich zu Gila, aber sie ist ja auch G-Boy! Die Attacker sieht so mega geil aus! Nein, 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 nein! Kein Bullen auf mich draufsetzen! Einfach, wie man geht! Sie einfach gar nicht zum Zug kommen lassen! Es ist gut, wenn ich in den Flammen stehe! Ich denke mal eher nicht! Moing! Ich schimpfe mal rein! Ohhhh, schönes Reposte! Nein! Löscht mal hier bitte das Feuer! Ähm, wie gesagt, epischer Auftritt, liebe Leute! Äh, sind ja auch verwandt, liebe Leute! Und, äh, wie gesagt, es war ja im Endeffekt klar, dass das der Oger ist, den er hier die ganze Zeit verfolgt hat! Ne, weißt du was, du kotzt mir jetzt an! Hä? Hä? Ich hab eigentlich... Theoretisch hab ich mal nen Special Move gemacht, irgendwie wurde aber nicht aktiviert, wieso auch immer! Sorge, break man, Baby, man! Jetzt beenden wir's hier, man! TUR DEN GENJIS! Ich seh einfach gar nichts mehr! Ja gut, wenn ich hier stehe, sollte es mich nicht treffen! Au! Hehehehe! Zum Glück hab ich die Reißbillen gekauft! Boah, der Reposte war so schön! Ich bin dein Lokalzett. Das war ein Kampf! Ich bin dein Karton! Du hast du mal an! Ich bin dein Karton! Sieg dich schreifen. Der Saber! Es Tyson ja es macht mich. Ich bin der Fall, Yama-Taker. «Nein Lied. Die Lied werden die ... Die Lied sind zu versuchten. Ich kann also ein Hause mal aus den Esau nicht verletzen. ... Wolltnen! ... Wolltren und Wolltren. Begleitet werden zu... ... der Klimawarat aus einer ä ر�isen. ... Wolltren! ... felsen Mord! Ah! 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 Das war's für heute. Master? Geh'n wir. Geh'n wir. Geh'n wir. Geh'n wir. Geh'n wir, Lancer. Ich weiß nicht, dass ich in den Edo schlafen werde. Ja, Master. Du bist! Wait! Ich werde es nicht verletzen. Ich werde es hier mit den Mannschaften verletzen. Ich denke, dass es ein Mannschaften von Master ist. Ich denke, dass ich es als Servant. Das ist das, was ich. Wenn wir uns nicht, dass wir uns nicht verletzten, dass wir uns nicht verletzten. Wir müssen uns nicht verletzten, dass wir uns nicht verletzten. Ist das nicht anders? Ah, das stimmt. Aber was ist das? Das würde sich sehen. Ich glaube, dass wir uns nicht verletzten, dass wir uns nicht abgesehen werden. Das war das Klaviermussem'll. Es ist zu sagen. Das ist das wei. Ich hornet mich an. Das ist das Schwierig. Ja, ich bin mit dir. Das stimmt. Wenn du, wenn du, wenn du auch die Klinik mit dem Klinik verletzten, dass du, die wir, die Klinik, in der Klinik zu verletzen, dann hast du gesagt, dass du... Er hat dich, dass du Drottea, was er. Die Bibel ist der Grund, wie er die Hormund-Kluss-Narumi. Hmm. Es ist egal, Miyamoto I-Ori. Dann, ich bitte. Los geht's. Oh, Taryu, ich habe gesagt, dass ich nicht hier bin. Ich habe gesagt, dass er nicht so gut ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Musik Ich glaube, es ist sicher, dass ich es geschafft habe. Ich glaube, dass ich es in der Nähe des Edo war. Ich denke, dass ich nur nur ein bisschen. Müsaß-chan? Ja. Ich glaube, es wird bald bald sein. Ich weiß nicht, dass ich diese Dinge verstehe. Ja, das ist das, was ich? Ich glaube, dass ich nicht in Ordnung bin. Ich habe mich auf diese Weise gebracht, aber ich habe es geschafft, dass ich das nächste Mal bin. Ich habe es bereits gewonnen. Ist das so? Ja, das stimmt. Iori-Kun wird wirklich schnell verabschiedet. Ich bin so schnell, ich bin so schnell dabei. Und so, Treyu? Können Sie sich für deine Willen wünschen? Ich bin ein Servant. Ich versuche, dass ich für deine Willen wünsche. Das ist meine Willen. Ich möchte mich für dich. Liebe Leute, wir müssen ja leider einen kleinen Cup machen. Aber ich denke, beim nächsten Mal wird es hier dann entscheiden werden. Dort wird es sich dann entscheiden, wie es zwischen unserem guten Juri und seiner Lehrmeisterin zu Ende geht. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es spannend weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.